Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben und Herzen Willkommen in einer neuen Folge von The Pathless. Wir müssen da hoch. Das ist das Ziel, glaube ich. Oder? Weiß es nicht. Naja, doch, doch, wir müssen schon da hin. Wir müssen ja, glaube ich, ich denke mal das letzte Abzeichen sammeln, beziehungsweise den letzten Turm läutern, retten, wie auch immer man es nennen möchte. Kann man machen, wie man will. Kommt nicht drauf an, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, und ich glaube, das ist jetzt genau der Turm, beziehungsweise das Zeichen, wo ich nicht wusste, wie ich es kriege. Könnte das sein? Warum kann ich den Hirsch nicht abschießen? Ist zwar nicht der Böse, aber gibt der ein gutes Nachtessen? Gibt ja ein gutes Nachtessen, oder nicht? Was ist da oben los? Was geht los da rein? Oh, guck mal! Aha! Was haben wir denn hier Schönes? Okay, got it. Hat's geklappt? Guck mal, freigeschaltet. Ha! Können wir den Turm schon freischalten gehen? Wow! Geh mal runter, liest es mal. Bringt es was, wenn ich das lese? Ne. Also ja, es ist einfach eine neue Info, die man kriegt. Ansonsten, nichts, wie der klassische Deutsche würde sagen, nicht der klassische Schweizer. Der Schweizer würde sagen, der bringt nichts. Ja, wir reden cooler als ihr Deutschen. Viel cooler. Oh ja. Muss man gar nicht diskutieren, wenn nichts da sein oder hört. Fakt ist, beziehungsweise das Wichtigste jetzt ist, äh, hoch. Muss, ach doch, das hat funktioniert, okay. Geh mal runter hier, du blöder Vogel. Und so, wieder hoch. Okay. Perfekt. Dann, kannst du da, komm, schieß mal. Komm, hallo. Nein, nicht da. Ja, da. So. Und so. Dann ist sie auch sauervoll. Darum. Das war der Plan. Das war der Plan. Dann drücken wir mal E. Und dann müsste doch das Ding, äh, beziehungsweise das Gebiet. Müsste das jetzt nicht frei sein? Ja, guck mal. Ist er böse. Jetzt ist er böse, der Kollege. Aber. Ach, du heilige Scheiße. Ja, machen wir das doch. Hab ja keine andere Wahl. Na? Ich habe ja keine andere Wahl, als im direkten Wege dort rein zu fliegen. Oh, Jesus Christ. Ja, ja, ich höre dich schon, mein Freund. Ich höre dich schon. Muss ich hin? Da, wo es gut leuchtet, oder? Guck mal, da hinten ist er doch. Machst du da, mein Freund. Bleib mal stehen. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss hier. Absolut gar keine Ahnung. Wo ist er denn? Da unten. Muss ich den aufholen, oder? Muss ich den abschießen? Was ist der Sinn der ganzen Geschichte hier? Muss ich ihn aufholen? Zack. Zack, zack. Komm mal, ich komme immer näher. Rüber. Aha. Na, komm mal, mein Kleiner. Verfolge dich jetzt aber die ganze Zeit. Alle hopp. Hopp, hopp. Bald haben wir ihn. Und was machen wir dann? Gute Frage, hä? Ah. Auf das Auge, da muss ich schießen. Hey, hey, hey. Beziehungsweise auf die Augen. Oh nein. Da haben wir mich getroffen, der blöde Wichser, du. Aber da muss ich aufspringen. Okay. Gut. Abverstanden. Er kann Druckwellen am Boden machen. Mit Feuer. Das ist schmerzhaft. I know. Problem ist, wenn der mich jeweils trifft, mache ich es wie einen Sprung nach hinten. Beziehungsweise gehen wir in eine andere Richtung. Komm, geh näher ran hier. Jetzt muss ich den ganzen Scheiß wieder aufholen, ey. Warum hast du so, machst du so große Schritte? Oh mein Gott. Nächstens kann man hier nicht sterben. Ja, wir sind schon wieder viel näher. Komm, komm. Ich schieße mit dem Macher mit die ganze Zeit linke Maustaste. In der Hoffnung, dass ich irgend... Nein. Die blöde, blöde Kugel. Warum weichst du hier aber aus? Komm, ich will mir eine Abkürzung nehmen. Das wär's. Beispiel so, hier oben durch. Wie groß ist denn das Gebiet? Von wie viel Aufsauer hat der Kollege? Hier ist er. Ja, komm mal. Guck mal, eine kleine Abkürzung genommen. Ja, komm. So, ist gut. Ran an die Augen. Okay. Ja, mach du das Zeug da nur. Sag, das nächste Auge getroffen. Und eins noch. Komm. Bam. Was ist jetzt? Oh, der Adler muss hin. Okay. Was muss er machen? Oh mein Gott. Was haben wir getan? Es hat nur noch eins auf den Kopf. Dann ist das wohl das Letzte, was wir abknallen müssen, oder? Jetzt kommt der Bossfighter. Oh boy. Ja, was soll ich machen hier? Was ist meine Mission hier? Aha. Auf der Seite muss ich ihn treffen. Na gut. Sechsmal muss ich das machen, so wie es ausschaut. Na komm. Mal ein bisschen so. Na komm. Jedes Mal, wenn er den Sprung macht, kann ich ihn treffen, theoretisch. Also muss ich ihn treffen. Sonst ist er dumm. Okay, zweimal noch. Oh shit. Ah, schade, hätte ich ein bisschen schneller sein können. Und noch mal treffen. So, ein bisschen davonrennen. Wunderbar. Ja, sehr gut. Einmal noch. Und jetzt, da auf dem Kopf, auf dem Stirn. Hau drauf, mein kleiner Adler. Jetzt müssen wir wahrscheinlich da drauf schießen, ha? Kommt nochmal eine Phase. Scheiße. Woher mache ich das am besten? Das Verstand jetzt muss ich aber nur ausweichen, den Sachen, ha? Kann ich die Dinger abschießen, oder? Weiß es nicht. Hä? I don't get it. Hoppala. Ja, 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 ja. Ah, ich kann das zurückschießen. Aha. Cool. Was macht da als nächstes? Ja, das ist kein Problem. Macht das ruhig. Äh. Ja, Bums. Und aufs Auge schießen. Ja, das gefällt dir gar nicht, ha? Jetzt muss ich wohl... Aha. Ja, Konulation. Volle Kanne in die Wand. Und dann läuten wir das Ding. Also läutern, nicht läuten, na? Ist nicht zu verwechseln. Ah, schön. Und mal ein Kind befreit da von der Adlermutter. Ach, wenn es ein komisches Kind ist, ein Hirsch. Ist das Kind einer, ah, ah, von einem Adler. Da ist was schiefgelaufen bei Mutter Natur. Da ist was schiefgelaufen, du. Aber er ist happy. Und wir kriegen einen neuen Pfeil. Einen besseren Pfeil. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ah, nee, der hat einfach das Gebiet befreit. Von der Dunkelheit. Okay. Ja, auch gut. Sag ja auch nichts dagegen, ne? Schön. Schön. Schönes Ding. Ne, und jetzt? Ja, zum nächsten Plateau. Ähm. Und wohin, wo ist das? Muss ich dem Hirsch folgen? Oder was muss ich? Cernos Wille. Die Geisteranzeige ist jetzt länger. Ah. Oh, geil. Ja, geil. Du kannst einmal mehr in der Luft mit den Flügeln schlagen. Okay. Aber. Wo ich jetzt hin muss, das weiß natürlich keiner, ha? Ah, da nach vorne. Okay. Da, wo es ganz, ganz grell leuchtet. Da muss ich hin. Haha. Dann machen wir das doch. Zack. Wo ist es? Ah, okay. Scheiß da auf das, auf die Nachricht. Egal. Peng. Kabums. Badum. Ey. Du musst schon treffen. Ah, jetzt, ja, ja. Jetzt sehe ich es klar und deutlich. Ah, das ist geil. Jetzt können wir zweimal hochgehen. Sehr schön. I like it. I like it, like it. Und wir fliegen in direktem Wege rein. Muss ja eh fliegen. Lass mir nur sagen, wohin. Ist das das nächste Plateau, ha? Oder? Oder was ist hier? Scheint so, ha? Das ist ein Krokodil oder was ist das? Ja, wir sind definitiv am, äh, richtigen Ort. Die Redwood-Steppe. Okay. Ja, dann, äh, sag ich doch mal, mit dem Eintritt ins neue Gebiet verabschiede ich mich für heute. Ich bedanke mich beim Zuschauen und wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Was ist jetzt los? Nein, doch noch nicht. Tschüss. Hahaha. Ja, da ist wieder die rote Grütze. Was ist das? Eine Giraffe? Was ist das? Eine Giraffe? Eine aggressive, böse Giraffe. Gut. Gut zu wissen. Die machen wir dann ein anderes Mal platt, ne? Für heute ist jetzt, wie gesagt, Schluss. Ich bereib mich beim Zuschauen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.